Ah, also irgendwas scheint da rechts Interessantes zu sein. Sowohl Alec Mann als auch Beta Mann schauen genau in dieselbe Richtung. Irgendwas ist da hinten gerade passiert und ich weiß nicht was. Ich war so in mein Training vertieft, dass ich die Explosion, die Atombombe, das Erdbeben, den schiefen Turm von Pisa dort nicht bemerkt habe. So, behandelt bitte seine Müdigkeit, das wäre echt extrem nett von dir. Ach, der Name Phoenix passt jetzt nicht mehr. Ah, naja, okay. Ey, du hast dich gerade behandeln lassen. Du bist nicht müde. Das weiß ich. Und ich weiß, was dir schmeckt. So ähnlich wie eine Frau, ne? Aber Schatz, ich mag das nicht. Doch, das schmeckt dir. Zähl mal, ich bin müde. Nein, bist du nicht. Das weiß ich. Auf geht's zum Training. Immer diese Pflanzen wollen sich immer irgendwo einwurzeln, anstatt mal ordentlich trainieren. Zum Trainieren. Okay, heute ist der 15. 10. Wuhuuu. Oh, das ist... Eine Rehgefrucht erraten. Wuhuuu. Ist doch nicht geil, oh Junge. Eine Rehgefrucht erraten. Theoretisch müsste man die Palmen geben können, da würde es anfangen mit regnen und Palmen würde digitieren. Das wäre so theoretisch mal eine geile Sache. Aber höchst unwahrscheinlich, dass das passiert, um es mal so zu formulieren. Wie die auch an alles gedacht haben. Das Drücken auf den Klo, das Spüren auf den Klo. Also, eine Achtung, da hat man wirklich an jede Eglichkeit gedacht. Bis auf, dass da so ein braunes Ding jetzt mal rumfliegt. Das wäre auch nochmal geil gewesen. So, die Weckdisk brauche ich nicht, die Varidisk, die Superheldisk und die Rehgefrucht. So, besucht den Daten bei Bedarf. Ich hatte nichts anderes geplant. Eine kurze Info an mich, wie viele Punkte haben wir eigentlich bis jetzt? Thema interessant. Na, Chi-Gimon? Was geht? Ich habe nicht verstanden, was es gesagt hat. Aber das macht nichts. Barcomon kann ich glaube ich jetzt auch bekommen mit Palmen. Vermut ich mal. Drimorgmon war da. Es möchte Hauptberuflich Schatzsucher werden. Und will das One Piece finden. Da hat es viel zu tun. Die ganze Gang Grand Line zu durchbohren. Die Stadt, die haben wohl schon erreicht. Oh, 27 schon. Endlich nimmt sie Gestalter. Das ist doch immer ganz ordentlich. Also, da kann ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht beschweren. Sieh uns natürlich ist geil. Ah, echt geil. So. Äh, Banditen, genau. Die müssen wir als nächstes noch machen. Ich glaube, dafür brauche ich kein Ultra. Ein starkes Champion reicht da aus. Ja, ich glaube, die machen wir als nächstes. Nachdem sich Palmen irgendwann mal entschieden hat und was digitieren will. Ach, ja. Jetzt kann ich immer wieder nur erwähnen, wie geil ich das an dem Prinzip von Digimon finde. Dass jedes Digimon zu jedem digitieren kann. Also nicht zu jedem. Hat gewisse Einschränkungen. Aber es ist wesentlich mehr als jetzt ewige Konkurrenz, sozusagen Pokémon. Also ich mag beides. Hat beides geile Sachen. Hat den grundlegend gleicher Aspekt, sich Monster zu holen als Freunde und damit dann zu kämpfen. So, jetzt mal grundlegend die gleichen Basics. Jedoch, bei Pokémon hat man mehrere. Oh, kann man muss schlafen, das passt ja. Slavien. Bei Pokémon hat jedes Pokémon eine gleiche Richtung, in die es digitiert. Heißt, wenn du Klemanda hast, weißt du hast am Ende einen Glurak. Shiggy, Torto, Bisa Samen, Bisa Floor. So, das ist klar. Bei Digimon hast du einen Agro-Mon. Das kann am Ende Sky-Greymon werden. Sky-Greymon, Metall-Tyrandom-Mon. Also der ist mal von dem Spiel her weggegangen. Das kann auch nicht einfach nur Social-Aid-Champion. Meramon, Tyrandom-Mon, Greymon, Black-Greymon, Ogremon, Le-Greymon, weiß ich nicht genau. Aber das hat eine unglaubliche Vielfalt an Digitationsmöglichkeiten. Heißt, du kannst das nach deinem eigenen Willen gestalten. Sag mal so, je nachdem wie du mit ihm umgehst, würdest du nur Memon zum Beispiel, wenn du es schlecht behandelt, oder entwickelt sich am Ende bis zum Mega weiter. Wie gesagt, wenn man jetzt das Spiel mal außen vor lässt, beim Spiel geht es noch bis zum Ultra und ist ein bisschen eingeschränkter als normal. Aber an sich liegt es daran, jeder kann sich zu jedem entwickeln. Das finde ich geil. Und es gibt nicht so... Äh, bei... Pokémon ist ja so, du weißt, das weiß man einfach, Mewtwo ist stärker als ein... Warte, lass mal kurz nachdenken. Äh, Milotic zum Beispiel. Milotic ist schön und stark, aber Mewtwo ist einfach stärker. Hier hast du als Beispiel immer Teil Greymon und Metallmamon. Metall Greymon, großes Digimon, Metallmamon, klitzig klein. Aber bevor du die Gegner da hast kämpfen lassen, weißt du nicht, wer von beiden stärker ist. Weil jedes Digimon jedes besiegen kann. Mit genügend Training, genügend Willen und ein bisschen Glück. Das ist auch wieder so eine Sache. Es ist nichts festgegeben, was gegen was gewinnt. Okay, bei Pokémon kann man mit einer guten Strategie auch was in Milotic Mewtwo fertig machen. Aber an sich grundlegend erstmal Mewtwo stärker. Hier hat keiner einen Plan, was wie stärker ist. Man hat diese Level, Ultra, Champion, Hockey, Mega... Aber man ist nicht an die gebunden. Ein starkes Ultra kann mit Leichtigkeit ein starkes Mega blocken. Das ist einfach geil für mich. So. Jetzt wo wir das auch geklärt haben, brauche ich mal noch 100 Intelligenz und da unten ein paar Doku-Rundler zu machen. Ich will ja, dass mein Helmon noch ein paar Attacken lernt. Wie alt ist denn das jetzt? Das müsste 3 sein, ne? Alt 4 schon! Oh shit, also wir müssen kämpfen. Ansonsten kann ich gar nicht mehr Sachen mit dem lernen. Das ist schlecht! Ne? Doku-Rund, was hältst du davon? Ich weiß nicht! Das hat jetzt so geil gepasst! Ja ne, ich weiß nicht! Ich hab leider nur Digimon Vertrauen, aber das wird ausreichend. Auf geht's! Jaaaa! Ein Schlag nach dem anderen. Gift vergiftet! Kepler auch für Strikes Again. Aber trotzdem zieht es geil ab und BIM! Alter, die Kampfmaschine Palmon! Boah! Heiß wie ne Flamme! Und bleibt cool wie n Eisklotz! Und another dancing queen! Was the bomb! To be alive! Ah, tschuldig! Nach so nem kleinen Kampf muss Palmon erstmal scheißen! Warte mal! Wie kacken pflanzen! Ernsthaft! Habt ihr schon mal ne Pflanze kacken gesehen? Nein! Warte mal, die stoßen theoretisch CO2 aus. Das könntest du als kacken formulieren! Allerdings stoßen die auch Sauerstoff auf! Und genau das Sauerstoff aus! Genau das gleiche verbrauchen sie aber auch! Das heißt, die fressen ihre eigene Scheiße! Sollten wir Menschen vielleicht auch mal probieren! Vielleicht hilft es ja irgendwie! Oh, ist schon... Ist schon... Ist schon... Ja, ist schon... Ist schon alles gut! Okay! Brauche ich sicherlich weiterfüttern! Ist übrigens auch ne geile Taktik, wenn man für ein... Ultralevel ein hohes Gewicht braucht! Also... Wenn man entweder weiß, dass man ein hohes Gewicht braucht! Oh geil! Oder es vermutet! Zum Beispiel, wenn man weiß, bei einem Metall Greymon, dass man viel und ein schweres Digimon braucht! Dann kann man, bevor er sich mit seinem Digimon vertraut macht, merkt, okay, wenn es Hunger hat, hat es 3 Hunger! Das merkt man daran, dass man den 3 Fleisch geben kann und es dann satt ist! Das Dokunomon ist schneller als das vorhin! Doch, Palmon lässt sich nicht runterkriegen! Es ist immer noch nicht vergiftet! Und es schlägt den Dokunomon in den Rücken! Wenn man weiß oder vermutet, dass es ein hohes Gewicht hat, zum Thema zurück, testet man, okay, wie viel Fleisch muss ich geben? Das ist von Digimon zu Digimon unterschiedlich! Und wenn man weiß, okay, 3 Fleisch, dann ist es satt! Könnte man theoretisch auch einfach ein Filet geben, dann wäre es auch satt! Jedoch hätte man dann genau 3 Gewicht zugelegt! Und man will ja eigentlich mehr Gewicht zulegen, so viel wie möglich, weil man braucht ja viel! Man braucht ja ein schweres Digimon! Was?! Ja, man braucht ein Schwert! Punkt! Und... So kann man dem zum Beispiel 2 Fleisch geben, hat man ein Gewicht von 2 zugelegt und anschließend nochmal ein Filet! Das Digimon ist nicht überfressen! Er hat ein Gewicht von 5 zugelegt, das addiert sich dann im Nachhinein und hat genauso schnell Hunger, als wenn man es normal verdammt würde! Das heißt, so erhöht sich das Gewicht Schritt für Schritt, ohne dass sich die Disziplin oder das Klöpfe ringt! Das ist so eine Taktik vom Sinu, wenn man mal ein schweres Digimon braucht! Habe ich selber schon oft angewandt, wurde mir mal von meinem Cousin erzählt! Und seitdem benutze ich die Englisch regelmäßig, wenn ich es brauche! Ach man, ich dachte schon, es wäre etwas! Häääh, schade! Allgemein, die ganzen Digimon im Wald hier haben doch Giftattacken, oder? Könnte man doch mal sich ein paar Heildisks schnappen und so ein bisschen rumschnacken, oder? Vorher jeden Wert auf 100 bringen, ihr kennt ja meine Devise! Aber sich könnte man jetzt mal ein bisschen rumschnacken! Ja, ich glaube, das mache ich! Allerdings ist Palmon schon 5 Tage alt, deshalb muss ich mich echt beeilen! Also 4 Tage, morgen 5! Ach, das war schon 100! Okay, dann machen wir noch Tempo voll! Langsam wundere ich mich, dass es noch nicht digitiert! Patamon ist genau am Tag 3 digitiert! Palmon zeigt noch keine Regeln dazu! Das ist schade! Extrem schade! Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Fleisch gebe, ich habe jetzt Eis gegeben! Ich gebe jetzt 2! Ja, das ist satt! Deswegen habe ich vorher ein Fleisch gegeben, dann Gelee und das Gewicht hat sich erhöht! Das Problem ist nämlich, dass wenn man viel trainiert, dass dann das Gewicht regelmäßig sinkt! Weil wenn man Workouts macht, dann sinkt das Gewicht! Ist wie in echten Leben halt! Wenn man scheißen geht, sinkt das Gewicht auch! Das heißt, Essen ist die einzige Möglichkeit, das Gewicht zu erhöhen! Also ich gebe hier voll die Lebenstipps! Also für alle, die zunehmen wollen! Essen ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, das Gewicht zu erhöhen! Cap not destroy again! Aber ja, man muss halt eben sagen! Sonst wissen es manchmal nicht! Oder halt eben digitieren! Das steigt jetzt auch, weil man wird ja größer! Aber grundsätzlich erstmal nur Essen! Bist du müde? Nein! Und deswegen muss man damit halt eben gut hantieren, um am Ende das zu kriegen, was man will! Alter, ich glaube, ich kann mit Digimon das Gewicht... ...verdant... ...besser... ...mit dem Gewicht besser umgehen, als mit... ...als im Warnweg! Zumindest wiegen meine Digimon hier immer! Sie sind alle untergewichtig! Bei mir! Das ist das Problem, weil ich zu viel trainiere! Aber ja... ...was getan werden muss, muss halt eben getan werden! Da kann man nichts gegen unternehmen! Ich sehe gerade, dass ich bei meinem Mixer... ...im äh... ...computer, wo die Lautstärke sind... ...drei Balken habe, die nach oben gehen! Das eine ist ohne Frage der Light-In-Stecker, den ich benutze! Das andere... ...ja... ...wann ist eine Müdigkeit? Was ist denn das andere? Ach, Aufnahme läuft! Ah, ja... ...das erklärt so einiges! Das ist lustig! Ja, ja... Geht klar! Was auch eine Müdigkeit ist, ähm... ...Digimon abnehmen zu lassen oder zuzunehmen... ...ist, ähm... ...wenn es hier gerade Hunger hat... ...und bald schlafen will! Es gibt entweder die Möglichkeit... ...also... ...relativ oft passiert es ja... ...das Dingimon hat Hunger... ...es muss aufs Klo... ...und es muss schlafen! Wenn man es jetzt einfach schlafen legt, ist sowohl Hunger... ...als auch scheiß im Deckel! Das ist praktisch! Jedoch kann man ja auch erst was zu essen geben... ...ähm... ...und es dann schlafen legt... ...da liegt da zwar ein Scheißhaufen... ...der liegt auch so, wenn man es schlafen legt und es scheißen muss... ...aber... ...es geht nicht auf diese... ...Kackleiste drauf... ...die dann eine Zuckermon-Entwicklung hervorruft... ...und ich weiß nicht, wie es mit dem Gewicht ist... ...das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt... ...aber ich glaube, das bleibt auch relativ stabil... ...aber... ...es geht eigentlich hauptsächlich darum... ...dem Digimon vor dem Schlaf Essen zu geben oder nicht... ...je nachdem verändert sich dann das Gewicht... ...heh... ...willkommen bei... ...Sino-Watchers! Hier erfahren Sie Tipps, wie Sie Ihr Gewicht halten... ...oder erhöhen können... ...ganz... ...wie Sie wollen! Ach man, ich wollte noch einmal trainieren... ...ich wusste, dass das Ding jetzt schlafen will! Ich dachte nur das Ding... ...meine Pflanze... ...mein Banzai... ...Banzai... ...Banzai... ...so ähnlich hier sind doch diese kleinen Bäume... ...die... ...nicht wachsen... ...au zumindest nicht sehr... ...stark wachsen... ...Banzai, ne? ...ja... ...hätte ich gewusst, dass ich ein paar Mal bekomme... ...hätte ich dies Banzai genannt... ...von mir aus auch Banzai, weil es geil angeht... ...Banzai... ...Uncleave... ... ...Okay... ...und noch 100 IQ... ...Vollkraft! ...Demo... ...Gasch... ...So jetzt brauche ich noch 100 MP... ...damit ich jeden Wert auf 100 habe... ...und somit die Digitation möglich ist... ...ah... ...nach einmal... ...dann fangen wir es auf 1000... ...ich meine natürlich bei MP und LP... ...wenn ich 100 sage... ...hunderttausend... ...ich bin da so typisch Frau... ...ich meine nicht das, was ich sage... ...wenn ich sage nicht das, was ich meine... ...könnt doch drehen und wenden wir... ...Wut? Jetzt müsste es sich digitieren... ...Nein! Okay... ...Palmon... ...Du bist... ...und bleibst ein Rätsel... ...Theoretisch digitieren die am Tag 5 immer relativ schnell... ...und wenn man mit jedem Wert auf 100 hat... ...müsste es Digimon eigentlich gerade dazu strotzen... ...zu digitieren... ...wieso denken... ...Oh Alter... ...Jeder Wert auf 100... ...Ich bin bereit zu entwickeln... ...Hallo... ...Aber nein... ...Mein Präumer denkt sich... ...Yo, ich schlaf mal Wurzeln auf dem Monkey Level... ...Es macht Spaß... ...Es ist so chillig... ...Es ist eigentlich voll der Chiller... ...hands ehrlich... ...So... ...einsere Digimon denken... ...Alter, wir müssen stärker werden... ...Wir müssen trainieren... ...Wir müssen digitieren... ...Oh, die Stadt zu retten... ...Hallo denkt sich... ...Was soll alles scheinbar? ...Weil ich gar nicht was ihr habt... ...So ein bisschen rumchillen... ...Was solls... ...Fuck with me if you won't... ...I'm gonna chill... ...All my legs... ...Oh, das ist auch schon richtig rein... ...Das ist... ...Wiggelt die Dinger hier mit Leichtigkeit... ...Sollte es einfach... ...Ansonsten wäre es ziemlich... ...ZIEMLICH bitter... ...Ja, stark... ...Dancing Queen... ...Young and sweet... ...Andy... ...Rookie... ...Oh, yeah... ...You can dance... ...You can... ...Was sagen die eigentlich immer? Ich sagte immer Try... ...oder so... ...Aber ich weiß nie was die... ...das ABBA da so wirklich sind... ...Hab ich... ...Keinen Plan... ...Das ist so das typische... ...Kindenglisch... ...So... ...Volle Grellacht voraus... ...Oh nein... ...Palmon... ...Sei nicht vergiftet... ...Und ich was dagegen... ...Oh, perfekt... ...Sei nicht vergiftet, Palmon... ...Oh, we need a dash... ...Sei schön... ...Und jetzt mach ihn fertig... ...Habt ihr eigentlich grad diese geile... ...Animation von der Mari-Disc gesehen... ...Die war doch jetzt mal einfach... ...episch, oder? ...Das muss man im Spiel lassen... ...Es hat schon so richtig geile Dinger da drin... ...Jay... ...Ich hab wieder 520 mit... ...Jetzt können wir uns erstmal... ...Heil-Disc holen... ...und MP-Disc... ...Eine Heil-Disc... ...Eine MP-Disc... ...Um genau zu sein... ...Und dann gehen wir ein bisschen weiter runter... ...und... ...Mischen mal die Red-Vegemon ein bisschen auf... ...Nein, warte... ...Das eine Red-Vegemon... ...das rechts sind ja... ...Scheinlich... ...Modoki... ...Betamon... ...Leider... ...Och, jetzt lass mich doch hier durch... ...Mann Bargemon... ...Du bist ein Geist... ...Ich müsst euch nicht durchlaufen können... ...Das hätten sie mal geil machen können... ...Hier mal... ...Erster Verbesserungsvorschlag meinerseits... ...Man kann durch Bargemon durchlaufen... ...So... ...Jo, ich kriege sogar 2 Heile-Disc... ...Eine MP-Disc... ...Das läuft doch... ...Ja... ...Danke bitte... ...Weitermachen... ...Uso eh, ich bin das doch... ...Wie zur Hölle... ...Hab ich eigentlich 20 Bits bekomme... ...Was hat so komisch gekostet... ...Im Laden ist ja alles... ...Krade... ...Also 100... ...300... ...105... ...100... ...300... ...200... ...500... ...So, das ist Krade... ...150 ist nicht ganz so Krade... ...Letzt bin ich nicht so Krade, wie ich das meine... ...Ja... ...Ich habe eine andere Definition von Krade als hier... ...Lasst mich... ...Wie habe ich denn 20 bekommen... ...Oh, das konnte man jetzt wieder ein bisschen schneller... ...Ehm... ...Aber das interessiert... ...Palmer und einen feuchten Dreck... ...Ein Wahnsinn... ...Feuchter Dreck... ...Pflanzen liegen Wasser... ...Ein trockenen Dreck... ...Und... ...Palmer macht sich Platz... ...Ohne Probleme... ...Sehr schön... ...Ein... ...JAS... ...JAS... ...STARK... ...DELSING QUEEN... ...EIN... ...EIN... ...Wie mag mir das Foto... ...Bluss-Minus-Null... ...wird ich mal meinen... ...Hach... ...Es digitiert zwar nicht, aber es möchte in Heimatwelt... ...räumtlich auf... ...Es ist 5 Tage alt... ...Alter Palmon... jetzt nicht mehr langsam daran denken zu digitieren das wäre zumindest so meine Vorstellung, wenn man fünf Tage alt ist als Rookie Level wenn man so langsam sich mal entscheidet für ein beliebiges Aussehen der nächsten Digitationsstufe bitte kein Numemon und auch kein Sukamon Nanimon von mir aus, aber eigentlich will ich das auch nicht so wirklich. Ich hab's ja vorhin gesagt, dass das ganz geil wäre, aber eigentlich will ich das nicht was hab du so gesagt, damit du's dann nicht machst Moment mal na ja ja, ich warte doch schon jetzt darfst du mich töten also nein darfst du nicht ich darf dich töten, so ist richtig du 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 battle let the battle begin und den Angriff will ich der gerade 200 bei betamon abgezogen hat shit, ich darf von dem nicht getroffen werden aber Palmon regt scheiße geil, das Gift hat gerade Getamon umgebracht und Palmon blockt den Angriff oh, das ist mein Palmon das ist es wie es lebt und lebt es verfolgt sein Opfer bis zum älteren Ende es könnte ruhig mal stehen bleiben oh, jetzt, jetzt Palmon schlägt zu auf den offenen Wand ins Face ja, es wird zweimal zu schlagen es blockt das nächste Mal und schlägt den Gegner wieder zurück Red Vigilusse vergiftet es hat keine Chance mehr gegen Palmon es wird grausam misshandelt komm schon, ich will Finish machen dieser Schlag hat gesessen doch wird er irgendetwas bringen? nein, Palmon beendet den Kampf zu seinen Gunsten ja, stark Dancing Queen oh man, ich hab die Fähigkeit nicht gelernt schade gut gemacht Palmon, by the way auf geht's darf ich nichtanti mal die noch nicht wie sind die mor